Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer neuen Folge vom Deckcheck. Wir spielen heute mal den guten Schamanen, mit dem ich ja im Rank-Game schon ein bisschen aufgestiegen bin, oder sagen wir es mal so, ein bisschen gut aufgestiegen bin, nämlich den Faceless Agro hier. Es ist ein sehr, sehr aggressives Deck hier, wie ihr seht, das ist eigentlich größtenteils immer noch ein Standard-Agro-Schamane, nur halt mit ein paar Verbesserungen, wie zum Beispiel hier den Flame-Raf-Faceless. Das ist eine richtig, richtig hammermäßige Karte, aber wir fangen natürlich oben an. Wir haben Lightning Ball für ein bisschen Damage schießen, ein bisschen Board Clear, dass man hier die kleinen Minions wegkriegen kann. Besonders gut gegen Mana-Würms oder zum Beispiel, wenn wir gegen einen anderen Schamanen spielen, gegen eine Tunnel-Truck-Top-Karte. Dann Rock-Byte-Weapon, auch eine sehr, sehr gute Karte hier. In Kombination mit dem Doomhammer kann man da echt krasse Sachen mitmachen, weil 10 Damage in einer Runde ist schon gut. Aber ich entschuldige mich, ich musste gerade richtig hart niesen. So, jetzt geht's weiter. Dann Abuse of Sargent natürlich zum Buffen der Minions, dass sie ein bisschen stärker werden. Arjun Squire zum bisschen Lücken füllen, 1-3-1 für ein Mana mit Divine Shield ist echt top. Kann man gut mit dem Abuse of Sargent kombinieren, um irgendwas zu clearen, ohne dass ein Minion stirbt. Shifter Zerus ist so eine Karte, da kann man sich überlegen, ob man die spielen will oder nicht. Man kriegt da manchmal echt coole Viecher raus. Also er verwandelt sich ja jeden Turn in eine andere Kreatur. Man kann ihn natürlich auch Turn 1 für ein 1-1 rausspielen. Aber ich würde ihn immer eigentlich halten, weil er halt echt krass werden kann. Ich weiß gar nicht, ich habe da, glaube ich, mal einen Ragnar rausgezogen oder sowas. Ist also echt eine Top-Karte. Ist wirklich eine Top-Karte. Dann, Servingly Merlington. Man versucht natürlich mit dem Faceless Aggro hier immer eine andere Hero-Ability zu kriegen. Und zwar am besten ist natürlich die vom Jäger, zwei Schaden schießen, top. Damit ist immer top, ganz ehrlich, Leute. Tunnel-Draw kennt ihr natürlich hier immer, wenn er Overload kriegt, kriegt er hier für jeden Overload-Kristall, ne, für jeden Locked-Kristall, also für jeden geschlossenen Kristall, kriegt er plus 1. Attack, richtig, richtig starke Karte, besonders in Kombination mit Accessory Knowledge. Accessory Knowledge ist der Card-Draw vom Schaman, also auch richtig gut. Zwei Karten ziehen für zwei Mana mit zwei Overload, die dann noch den Tunnel-Draw buffen oder die wir mit einem Lava-Shock einfach wieder wegpacken können oder mit einem Eternal Sentinel. Also ideale Karte hier zum Spielen. Lava-Shock für ein bisschen Schaden und Overload wegmachen. Eternal Sentinel meiner Meinung nach eine der stärksten Karten im Faceless Aggro. Einfach, wenn wir ein 3-2er Minion haben und unser Overload einfach wieder anlocken. Top, Top-Karte einfach nur, absolut sick. Dann Flame-Juggler, um ein bisschen Damage zu schießen. Zwei Dreier für zwei Mana ist absolut in Ordnung. Flame-Tank-Todem, Schaden ohne Ende, sag ich nur. Schaden ohne Ende. Dann natürlich der Totem-Golem, kann man natürlich auch sehr, sehr gut spielen. Von zwei Mana, drei Vierer mit einem Overload. Das synergiert dann wieder mit dem Tunnel-Draw, das synergiert wieder mit Denne 2. Kann man echt krassen Shit machen. Zweimal Feral-Spirit, habe ich hier nur einmal in Gold und einmal in Normal. Richtig, richtig gut. Kann man auf jeden Fall spielen. Hallo, zwei Overload, zwei Dreier-Torns. Supergeile Karte. Bestes Play eigentlich, Tunnel-Truck, Turn 1. Also wenn man den Coin hat natürlich nur. Tunnel-Truck, Turn 1. Turn 2. Dann hier Feral-Spirits. Mit einem Coin rausholen. Dann hat man hier einen 3 Dreier. Und hier einfach mal noch zwei 2 Dreier. Das ist einfach, das ist Board-Control vom Feinsten. Und das im zweiten Turn. Also richtig, richtig gut. Und Argent Horse Rider ein bisschen zum Removen halt hier. Mit Charge und Divine Shield kann man so ein paar kleine Minions wegmachen. Oder halt dem Gegner auch ins Gesicht hauen. Je nachdem, ist top. Tuscar Totemic. Wenn man viel Glück hat, kann man da echt geile Totems rausziehen. Zum Beispiel ein bisschen Draw-Totem hier. Wie weiß ich nochmal, Mana-Tide-Totem war das doch. Oder für drei Mana. Ja, da unten war es gerade. Hier, Mana-Tide-Totem. Oder halt, wie gesagt, vielleicht wenn man richtig lucky ist, kriegt man noch ein Flametunt-Totem raus. Deswegen immer den Tuscar Totemic nach links spielen. Weil das Totem immer rechts rauskommt. So, dann Flameraft Faceless. Eine der stärksten Karten wirklich meiner Meinung nach. Von diesem Set ist auch noch eine Ankommen. Es ist natürlich eine Ankommen. Ja, doch, es ist eine Ankommen. Vier Mana, sieben, sieben mit zwei Overload. Man spielt also auf Turn 4 den raus. Von mir aus auch in Turn 3 spielt man den mit dem Coin raus. Hat dann zwei gelockt. Kann dann für zwei Mana nochmal den Sentinel, also im nächsten Zug dann den Sentinel spielen. Hat wieder zwei Mana frei. Spielt noch irgendwas hinterher. Hammer. Einfach Hammer. Das ist so eine Karte, da fragt man sich echt, ist die nicht vielleicht ein bisschen unbalanced oder sowas. Aber nein, sie ist richtig, richtig gut. Doomhammer, ja, kennt man ja natürlich. Windfury, kann man den Gegner klatschen. In Kombination mit Rock-Biter-Weapon, absolut Hammer-mäßig. Zehn Damage oder halt, wenn man zweimal Rock-Biter-Weapon draus spielt, sind es halt eben mal kurz 16 Damage. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Nee, doch, 16. Zweimal 8. Ja, 16 Damage. Absoluter Hammer. Ihr müsst mal überlegen. 16 Damage. Das ist mehr als die Hälfte eures Healths. Einfach absolut sick. Ja, und den spielen wir jetzt auch gerade mal. Damit ich euch noch hier ein bisschen den Maligan erklären kann und alles. Wir spielen das Ganze im Rank. Die neue Season hat ja angefangen. Ja, los geht's. Auf los geht's los, hätte ich mal gesagt. Ich werde jetzt auch in dieser Season versuchen, ein bisschen mich wieder hoch zu pushen. Also mein Ziel für diese Season ist mindestens Rang 10. Wenn ich sogar noch ein bisschen höher, da wird mir wahrscheinlich der Schamane hier ganz gute Dienste leisten, habe ich so das Gefühl. Weil er halt echt, ich habe jetzt, ich glaube ein paar Spiele gespielt, ich hatte eine, ich weiß gar nicht, wie viele Wins in a row ich hatte, aber es waren schon einige. Also die Hand hier ist jetzt nicht gerade das, was wir sehen wollen. Im Maligan versuchen wir natürlich immer, wirklich immer entweder einen Tunnel Truck zu kriegen, einen Golem oder sonst irgendwie was. Also am besten eigentlich Sir Finlay Mergleton, dann den Golem oder halt unseren Tunnel Truck. Das ist so das, wonach wir suchen. Natürlich kann man so Pech haben wie jetzt, aber das ist eigentlich kein Problem. Wir haben ein schönes Removal. Falls wir jetzt immer noch nichts ziehen, benutzen wir die Hero Ability natürlich, kriegen jetzt den 1-1 raus, nehmen den 0-2-Heal, der sich selber healt. Ist eigentlich auch okay. Okay, wir können jetzt Turn 3, spielen wir das hier, Feral Spirit oder wir warten auf Turn 4, machen den Flameraff Faceless. Es kommt immer darauf an, was wir jetzt ziehen. Wenn wir jetzt was Gutes ziehen, könnten wir rein von der Theorie her, die hier spielen, dann den nächsten Turn, das hier und dann den raushauen. Tod im Golem, müssen wir jetzt mal überlegen. Ne, das wollen wir eigentlich nicht oder wollen wir doch? Ne, wollen wir nicht. Spielen also doch den Tod im Golem, einfach weil wir den Abusive Sargent noch rausbringen können und hier den Trade veranstalten. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig gewesen, weil das kleine, nervige Viech, die Sorcerer's Apprentice, ist einfach echt ätzend. Spells für 1 weniger, das wollen wir natürlich nicht. Dann kommt der Frostbolt, kann er noch irgendwas hinterher machen. Achso, er coinet, setzt den Ping auf den Abusive Sargent natürlich. Weil der Ding ja noch gefreezed ist. Sollen wir das schon riskieren oder sollen wir noch auf die Combo warten? Combo Wombo und so. Wir spielen jetzt, komm wir machen das, obwohl es ist halt, es wäre schon ein bisschen wasted. Machen wir uns jetzt erst hier raus, guck mal was es ist, je nachdem, was es spielen. Och komm, wir spielen den jetzt raus. Tunnel Truck raus. Es könnte natürlich sein, dass wir jetzt halt irgendwas ins Gesicht kriegen, äh, irgendwas auf unseren Tunnel Truck direkt drauf kriegen, wie ein Frostbolt oder sowas. Aber damit muss man halt immer rechnen. Gerade weil das halt so Minions sind, die halt jeder weg machen will. Okay, er haut das weg, hat dann jetzt noch den Frostbolt für den Tunnel Truck. Ne, er gibt den Zug einfach ab. Was ich sehr, sehr geil finde, weil jetzt spielen wir nämlich die Combo Wombo. Und so, dann machen wir so. Haben dann den Overload. Machen den Overload einfach weg, indem wir ihm zwei Schaden schießen. Dann hauen ihm nochmal drei und können dann im nächsten Zug ganz easy hier die, den Flame Raft Faceless spielen. Könnte ganz gut werden, das Spiel. Könnte ganz gut werden, muss aber nicht. Der, der Magier heißt ja für alles offen. Ab sieben Mana ist das Board eh clear meistens. Also von dem her geht das schon ganz klar beim Magier. Er könnte jetzt für drei Mana, wenn es ein Cthulhu Magier ist, könnte diesen komischen kleinen Panda-Bären spielen, der Cthulhu schreit. Und hier zwei Schaden drauf schießen, ping, fertig. Dann wäre es auf jeden Fall schon mal das Board wieder ein bisschen clearer. Er spielt ein Secret. Ein Secret. Okay, jetzt ist natürlich die Sache, was ist das Secret? Und da wir das rausfinden wollen, gucken wir einfach mal, spielen wir das hier. Es ist auf jeden Fall kein Ding, dann ist es vielleicht ein Counterspell. Wir spielen den ja raus, der wird ein bisschen gebufft. Jetzt gucken wir mal, was es hier ist. Es ist ein... Ah, es ist eine Ice Barrier, das ist doch okay. Mit einer Ice Barrier komme ich klar. So, zwei und zwei und fünf und los geht's. Nächsten Turn dann Doomhammer into Rockbiter. Oder haben wir genug Mana? Wir haben jetzt gerade sechs, wir kriegen zwei. Nee, reicht leider nicht. Dann halt nur Doomhammer raus. Aber dann ist Hammer Time, liebe Freunde. Dann ist absolut Hammer Time. Und wir klopfen den Hammer so ins Gesicht, dass er nicht mehr weiß, wo der Morgan ist. Polymorph. Schade eigentlich. Wäre ganz nett gewesen, wenn wir den jetzt wegmachen könnten. Das war jetzt nicht so eine intelligente Idee, hier den wegzumachen. Meiner Meinung nach natürlich. Jetzt muss ich mich mal ganz kurz rausbauen. So. Jetzt machen wir ihn nämlich hier mit dem Doomhammer. Kriegt er hier sieben. Das heißt, wir haben hier zwei, zwei, eins, eins, sieben, zwei, zwei. Theoretisch, wenn wir jetzt ein Mana mehr gehabt hätten, wäre er tot gewesen. Aber haben wir ja leider nicht. Hatten wir leider nicht. Jetzt kommt höchstwahrscheinlich der Flamestrike. Unser Ball ist gecleared, außer der 1-1er. Ja, da ist der Flamestrike. Aber es ist trotzdem ein Well-Played. Wir gucken mal noch schnell, was wir hier für eine Hero-Ability rausgekriegt hätten. Ja, gut, Well-Played. Naja, gucken wir wohl doch nicht. Aber kriegen hier erstmal ein bisschen... Ein bisschen... Ein paar Sterne. Wir haben jetzt hier auch gerade eine Quest gemacht. Haben wir eigentlich keine Schamanen-Quest? Warum haben wir keine Schamanen-Quest? Ich hätte gerne eine Schamanen-Quest. Ah, okay, nicht ganz. Naja, wir spielen jetzt noch das zweite Spiel. Also ihr seht, der Faceless-Agro, auch wenn ich jetzt gerade auf einem niedrigeren Rang bin, ist der Faceless-Agro ist wirklich auch in den oberen Ligen echt top. Also man sieht ihn auch sehr, sehr viel in den Legends. Also ich gucke ja immer sehr, sehr viele Streams und auch YouTube-Videos, gerade von Ponyhove oder sowas. Wenn das euch nichts sagt, dann guckt gerne mal bei ihm vorbei. Er ist echt ein Hammer-Streamer, meiner Meinung nach. Gucke ich sehr, sehr gerne, wenn ich mal Zeit habe, so zwischendurch. Streamt immer, glaube ich, von 8 bis 16 Uhr. Hearthstone, manchmal auch andere Sachen. Wir packen die jetzt mal weg. Acestral Norwich behalten wir jetzt einfach mal. Und wir ziehen... Ah, nicht so ganz perfekt. Ah, das ist okay. Wir haben Coin, Into Totem, Into... Vielleicht ziehen wir jetzt noch was. Erstmal grüßen wir. Ich überlege gerade wirklich hart, ob wir das rausspielen sollen, weil dann haben wir im nächsten Zug halt leider gar keinen Mana. Also lassen wir das lieber sein. Und gucken mal, wie er spielt. Okay, er spielt erstmal hier einen 3-2-Elec und gewinnt auch... Oh, jetzt zieht er ja auch noch die... Die Eule. Das heißt, wir müssen jetzt damit rechnen. Er hat auf jeden Fall einen Silence in der Hand. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los, ey? Doppel Doomhammer. Hier jetzt erstmal den raus. Wir hätten theoretisch auch Coin Into... Argent Horse Rider machen können. Aber ich fand erstmal ein bisschen was zum Reimbaiten. Das ist eigentlich ganz wichtig. Er würde zwischendurch wahrscheinlich trotzdem Face gehen. Und... Okay. Interessant, muss ich sagen. Wirklich interessant. Das hätte ich jetzt so ehrlich gesagt nicht gespielt, aber jeden das Seine und mir das Beste. So. Ah, Deggers, Recruit... Also, wenn man so eine Auswahl hat, kann man theoretisch hier auf Live-Tab gehen, dass man Karten zieht. Andererseits würde ich sehr, sehr gerne auch die Recruiten haben, weil Minions sind immer sehr, sehr wichtig. Ich werde jetzt hier aber... Einfach damit wir ein bisschen mehr Board haben, nehmen wir den Recruiten und machen End-Turn. Weil im nächsten Zug ist der eh weg. Der Knife-Juggler ist weg. Okay. Und wir spielen noch einen King's Alec. Jetzt müssen wir langsam aufpassen. Wir müssen vielleicht das Board dann irgendwann mal clearen. Das ist sehr, sehr schön, dass er hier jetzt das nicht gewonnen hat. Sonst hätte er jetzt noch einen Knife-Juggler auf die Hand gekriegt. Das wäre echt ätzend gewesen. So. Dann spielen wir den hier... ...into den hier. Den machen wir weg. Knife-Juggler ist immer so das First Target, finde ich. Dann den nächsten Zug, hier Doomhammer. Und dann können wir ein bisschen Action machen. Dann machen wir jetzt ein Board nämlich mal clear. Jetzt könnte es sein, dass die Savannah Highmane kommt. Oh, da kommt das Schweinchen. Oh, komm. Echt jetzt? Das hat jetzt ganz schön wehgetan, muss ich sagen. Ja, komm, du mir mal raus. Was soll's. So, dann machen wir hier... Zack. Machen wir hier... Zack. Machen wir hier... Zack. Und machen wir hier... Zack. Alter, das sind die laut, die komischen Elefanten. Ich hoffe, das ist nur auf meinem Ohr gerade so laut. Ich hoffe, das ist bei euch nicht so extrem laut. Kommt der Eagle Hornbow mit Kombinationen vom Ding. Wir sind... Der Facehunter ist doch noch ein bisschen aggressiver als wir im Moment. Wir sind auf 6 HP runter. Alter, das ist nicht gut. Da hat er ja echt ein bisschen besseren Start als wir. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen das Board aufgeräumt kriegen. So. Hauen ihm für 4. Jetzt ist halt das Problem, selbst wenn er jetzt nur ein Ding hat... Er macht uns alleine schon so 5 Schaden. Er muss uns nur noch einen Schaden drücken, dann ist es vorbei. Das ist nicht cool, Leute. Ah, der Knife Juggler. Da hofft er natürlich... Ja, jetzt hofft er natürlich auf das Knife hier drauf, aber ich hoffe, ich treffe... Er trifft nicht. Nein! Okay, Wildblade. Naja, so kann es natürlich gehen. Dieser ganze Beast-Ding ist echt krass inzwischen geworden, muss ich schon sagen. Der... Beast-Hunter. Weil es war jetzt komplett ja nur mit Beast gespielt. Finde ich eigentlich ganz interessant, dass der so steil geht. Gerade müssen wir uns vielleicht auch mal angucken. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben. Da schreibt was für uns in die Kommentare. Und wenn ihr Deck-Ideen habt oder einfach mal wollt, dass ich ein Deck ausprobieren, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Ich gucke dann sehr, sehr gerne nach. Und ja, vielleicht probiere ich das Deck dann einfach aus. Hier seht ihr nochmal, wie das Ganze aufgebaut ist. Wie gesagt, man kann damit sehr, sehr hochkommen. Ich habe den Schamanen auch schon im Legend-Bereich gesehen, in gewissen Streams und auch in Videos. Also, ich habe einen ähnlichen Schamanen gesehen. Also, manche Leute spielen den hier nicht. Andere Leute spielen den Flame-Juggler nicht. Manche Leute spielen den Argent-Horse-Rider nicht oder den Tosca Totemic. Das ist immer so eine Ansichtssache, je nachdem, wie halt der Spielstil ist, finde ich. Auf jeden Fall sage ich dann mal vielen, vielen Dank. Und man sieht sich beim nächsten Heartstone-Video oder bei einem anderen Video auf meinem Kanal. Bis die Tage denn. Türolü. Türolü. Also, be갔est du euch mal. Türolü – des Tonnenstrommes. Und das ist beim Nften- cuales. Lol. Vielen Dank.